Oh, dann bedeutet das, dass du das besser ernst nehmen würdest. Achso, hier unten, ja. Ja, ich bin dippert. This cave is huge! Was ist das? Ich schwöre, bei denen funktioniert manchmal einfach mein Block nicht. Aber das liegt einfach daran, dass du mit dem Claimer ewig swingst. Im Claimer gibt es nur eine gute Attacke, die hier. Ja! Mit Backflip? Ne, ohne. Alter! Das ist ja mal ein richtig gutes Kommando, was Gladio da gekriegt hat. Get carried! Und... Die Musik ist schon geil. Ich meine, die Kampfmusiken sind ganz gut, ja. Aber jetzt so wirklich irgendwie... Ich sag mal, wirklich Sounds, die mir im Ohr geblieben sind, habe ich jetzt bisher nicht. What the fuck is this? What is this? I hate eggs. Do we really wanna know what's back there? That looks like a mouth. Fuck this shit, I'm out. Das ist ein fucking Mobul. Ich hasse die Viecher. Ich hasse sie in jedem Final Fantasy. Oh mein Gott. Fuckin' Mobule. Okay. 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 Ähm. Ja, machen wir gar nicht lang rum. Machen wir gar nicht lang rum. Gar nicht lang rum wackeln. Habe ich irgendwas, was mich großartig gegen Statusveränderungen schützt? Sterneanhänger. Ist nur Gift. Reduziert hier den FIFA Brauch beim Ausweichen. Er wird stärker, vitalisierend LP. Er wird Willenskraft. Schützt vor Frosch. Wie viel Allheilmittel habe ich? Weil ich glaube, ich werde da jetzt gleich mit Total um mich schmeißen. Aber ist egal. Was ist das? Ich fühle mich. Das viel hat kaum Schaden gekriegt. Oh fuck this shit. Da will ich nicht in der Nähe stehen. Was bist du denn? Kannst du mal aufhören, irgendwelche Nachgeboten von dir zu hatchen? Ich weiß, dass ich Königswaffen habe. Ich weiß, dass ich Königswaffen habe. Okay, der war gar nicht so schlimm. Ich weiß, dass ich Königswaffen habe. Ich meine, ich bin zwar noch konfus, aber hey. Okay, ähm, Gradius. Was ist useless? Das Ding hat noch einen LP. Okay. Das könnte ein guter Zeit für Panik sein. Nein. Es muss einen Weg sein. Panik. Was? Der Mobil hält ausreichend Abstand, um nicht von seinem schlechten Atem einträcht zu ... Warum flüchten? Der war tot. I call Bullshit. I call Riesen Bullshit. I call Riesen Bullshit. Fucking Bullshit. Ja, so viel dazu. Nom nom nom. Ich habe nicht daran gedacht, dass Robole ja so extrem anfällig sind gegen, äh, ... ... Und da die Spills in dem Spiel hier halt super ridikulös stark sind, war das halt eh weniger ein Problem. Just wish they found a better place to build it. Oh, war das gerade ein Katana? Alright, let's all ass. Was? War das ein fucking Katana? Ja, es war dann ein Katana. Hmmmm. 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 Oh, das war es. ... ... Bis zum Ende. Entschuldigung, aber mein Objekt. Krieg ist eine Rolle von Leben und Todes. Aber wir werden da. Es geht nicht um uns, um ihn zu schauen. Ja. Dann sollte er frei sein zu wählen. Es gibt mehr als nur was er will. Ich weiß voll gut. Ich werde dich nicht aufhören. Wenn ich nicht aufhören kann, werde ich aufhören. Was sagt seine Majestät? Nockt. Du bist der König. Keiner kann sich nicht aufhören. Der König wird immer aufhören, immer aufhören und nicht aufhören. Gladeo? Nockt wird seine richtige Platz nehmen. Aber nur wenn er bereit ist. Geh es deinen Weg. Wir nehmen noch einen großen Risiko. Wir sollten alle bereit sein. also meine Option wäre gewesen. Wir schmeißen einfach prompte raus. Und ich zieh einfach mit Ignis und Gladeo weiter. Wäre meine Idee gewesen. Die Untertitel sind wahrscheinlich falsch, weil erstens spiele ich mit einer anderen Sprachausgabe und ich vermute, dass die deutschen Untertitel an die deutsche Sprache angepasst sind. Und die deutsche Synchro kann ich leider Gottes überhaupt nicht spielen, weil ich finde, dass die Stimmen einfach gar nicht passen. Sydney klang halt wie eine 40-jährige Puffmutter, die seit ihrem 13. Lebensjahr Ketten raucht. Prompto klingt wie... Ja, zwölf und frisch kastriert, also ging gar nicht. Ging überhaupt nicht. Einzige Stimme, die annehmbar war im Deutschen, war Gladio. Noctus ging auch so gerade. Aber es ist jedem an sich überlassen. Weiß ich nicht, ich finde einfach Noctus-Stimme und die anderen Stimmen finde ich echt nicht brau. Sieht ihr euch, wenn wir in Tenebrae stoppen? Ha, könnte ich lieber rausgehen. Wenn es hilft, dann weitergehen. Okay. Machen wir mal weiter. Guten Tag. All set for boarding? Yep. Ja, wir gehen. Ja, wir gehen. In diesem Fall, hop aufbord. Wir werden bald wieder rausgehen. Wir sind hier für dich. Ja. Wir helfen uns. Und wir sind weg. Wir sind klar? Crystal. Hey, watch your step. Du bist nicht aufbauen? Nicht auf seine Ebene. D Lilly. Naht. Never ganz. Mhm. 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 Blaze. Hat er denn grad fucking Chocobo-Melodie gesummt? Holy shit. 10 out of 10, this guy. 10 out of 10. 10 out of 10, bester Charakter. Falsches Spiel hat irgendeine Entschlossenheit ist zu verdanken, dass sich die Spannung in der Gruppe wieder lösen. Yay! Mit neuer Kraft und neuer Mut steigen die vier Freunde zurück in den Zug und machen sich auf den Weg nach Tenebra, die Heimat von Lunafrea. Okay. Also ich muss ja gestehen, seitdem ich mein Fenster auf hab und meine Wohnung grad gefühlt minus 10 Grad ist, ist meine Playstation nicht mehr so laut. Scheint da Zusammenhänge zu geben. Mein Gott, lad halt ein bisschen schneller. Nur ein bisschen. Okay. 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 ối Dad, schneller, du scheiße, was the fuck. What's going on? It's a real mystery. I'm not liking that snow cloud. Kind of gives me the chills. Like, who comes up with this stuff? I couldn't dream something like this if I tried. It's a wondrous world. What the hell are you doing here? What's going on? Easy there, buddy. Oh, you didn't see that coming. You all right? Shut up! Be careful there! Wait, is this for real? Okay. Ja, sie meinen diese riesige Wolkenfront. What? Show yourself! What the fuck? Der Typ! Wo ist er? Was der Plan? Fuckin' magician. Plus, you're causing a scene. You think this is funny? Dude, are you seriously trying to kill me? Why wouldn't I? I've got... What are you after, following me around this whole time? It's all your fault! What? What are you talking about? Do you really mean that, Noct? Ähm... Was? What? What are you saying it's not? Yes. What good would it do me to hurt you? Who cares? Noct, please. Can't we talk for a sec? Never. Noct, please. ist los warum ist er irgendwie so 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 mystische harry potter magier was ist das denn wer ist die blonde luna freya unsere eigentliche verlobte ist tot also die die wir gefühlt nie gesehen habe in dem spiel die immer vorgelaufen ist zu den ganzen göttern und gesagt hat gibt den mal mein segen und nicht wundern wenn ihr den sound hört das ist wenn irgendwer in dem hier in dem wohnungskomplex die heizung aufdreht dann klingt das meine heizung ist komisch ok weiss ich hier die ist behind the train stoppen und glatio went up to inspect the engine Oh, allein im Ponto, ja, kann nicht gut gehen. Kann definitiv nicht gut gehen. Die Musik ist so gut, ne? Ich liebe die Geige in dem Ding. Das ist so genius. What the fuck? Ponto sagt, true. Ich will gar nicht über die Musik brabbeln. Das ist der beste Track im ganzen Game. Im Peralim einstürzen sie auf den Zug, vernichte sie bevor sie dazu nahe kommen und sie setzt sich schon okay. Okay. Machen wir was nützliches Ponto. Okay, ich will die Detonatoren-Typen angreifen. Fechter, Maradeur. Okay, nehmen wir den Fechter da hinten. Nox, er ist bereit für Round 2. Alter, wieviel kommen denn hier? Das ist der Detonatoren-Typ. Geh näher. Wow. Lass meinen Zug in Ruhe. Zack. Äh. Assassine. Nox, er ist bereit für Round 2. Wie viele? Geh zurück! Nur wozu noch der im Hintergrund mit angearbeitet hat. Der kommt wo so... Hat der nicht auch den... Hat der nicht auch den 10er-Soundtrack gemacht? I don't know. Deshalb gibt es so mehrere Soundtracks, die mich absolut nicht interessieren. Unter anderem King dem Hans. Alter! Okay. Ponto-Räume auf. 10-Ware auf. Es gibt den 10 keinen Track, der mich wirklich anspricht. Wow, wow. Wo kommt denn der Detonator hierher? Wo kam denn der Detonator-Heine her? Ach, do kacke. Rob dich zum Zahnverzerstören, bevor er den Zug zu sehr beschädigt dürfte. Halt! Das ist ein Wohrpunkt. Das ist ein Wohrpunkt. Also kann der das Schindern. Da geht's. Auf. Das ist ein Wohrpunkt. Die Musik. Nee, du blowst die zu Bits, wie war es damit? Empirie Luftschiffe haben das Feuer auf den Zug geöffnet, warten wir nicht zu ihm. Was? Wo? Holy shit! Äh, okay. Wie soll ich denn die Luftschiffe killen? Oh, noch mehr von euch, ja? Tag. Weißt du was? Let's do this. Okay. Okay. Okay, ich sehe jetzt erst den Timer da. Achso, das ist der Timer quasi, um hier runter zu kommen, ja. Äh, tach. Könnte ich nicht angreifen von der Seite hier. Jetzt. Ja. She's gonna blow. That one's next. So. Hey. That'll do it. Äh, ich sollte glaub ich wieder hier runter. Stopp. Wtf, suddenly gibt's richtig viel Story. Haben wir welche Fotos? Ne, Kapitel 12, eine Welt am Abgrund. Alter. Das ist ja, du rast ja jetzt richtig durch die Kapitel hier. Das ist ja super crazy. Bis Kapitel 9 oder so war's so, ja, ein bisschen zäh und dann so BAM, 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 Schlag auf Schlag. Komisches Pacing. Also ich hätte, glaub ich, am Anfang lieber eher ein bisschen mehr Story gehabt und dann quasi so... Also war Kapitel 3 so diese große offene Welt? Ist ein bisschen weird. Vielleicht kommt ja noch mehr. Hat mein Ladescreen jetzt so lange gedauert, dass der den Screen geändert hat? Holy shit. Vielen Dank.